Wir haben heute Abend 1000 Gäste beim Jubiläum und sind natürlich sehr überrascht, aber wir haben mit Filmen gerechnet, mit 500, 600, vielleicht sogar mit 700, aber mit 1000 Menschen, die zu uns kommen, never ever. Es kommt heute Abend natürlich jede Menge Prominenz. Es kommt Eva Habermann, die Schauspielerin, Ralf Bauer, Schauspieler. Es kommen ein paar Ex-Profis und Fußballer, die auch beim KSC gespielt haben, Oliver Kreuzer. Auch Bayern München, Mike Franz, früher KSC, ganz bekannte KSC-Ikone. Dann natürlich Oliver Kahn, der Titan, wird kommen. Und viele andere Menschen, die ich jetzt gerade aufzählen will, weil sonst wird es dann immer spannend. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, aber es ist in der Tat so, ich bin zum ersten Mal da. Und es ist sehr beeindruckend. Und ich gehe mal davon aus, ich habe ja schon viel gehört von Axel, dass er immer wieder absolut fantastische Events auf die Beine stellt. Das heißt, der Druck, der heute auf ihm lastet, ist enorm. Und ich hoffe, dass er all dem gerecht werden kann. Ja, danach ist es natürlich After Show in Bernstein wie immer. Und da glaube ich, werden wir es ein bisschen krachen lassen, weil wir haben es auch irgendwie verdient, nach zehn Jahren mal richtig Gas zu geben und uns ein bisschen gehen zu lassen. Wobei, ja, ein bisschen Contenance muss man ja wohl planen. Der Druck ist einб und in der muốn mit den Lähnen zu ovat. Der Druck ist einbrem W constitu, Untertitelung des ZDF, 2020